Einer meiner ersten Schritte ist den Artikel immer zu fotografieren, möglichst alles schön aufgelegt, sodass der Käufer gleich sieht, was alles dabei ist und dass alles in Ordnung ist. Ja, darum habe ich das jetzt etwa so aufgestellt. Ich werde mit meiner Kompaktkamera das Ganze jetzt einmal fotografieren. Am PC schneide ich dann meistens nur den seitlichen Rand ein wenig weg, dass das Bild schön quadratisch ist und verkleinere es meistens ein bisschen, weil ganze 7 Megapixel oder sowas in der Richtung braucht das ja nicht haben. Das reicht, wenn es irgendwie 1024 mal 7,68 oder sowas in der Richtung ist. Der nächste Schritt ist den Artikel abzuwiegen. Dazu habe ich hier eine Waage, die bis 2 Kilo geht. Das müsste ohne weiteres reichen. Einmal einschalten, kurz warten. Dann den Artikel samt Verpackung draufstellen. Das Ergebnis ablesen. In diesem Fall 550 Gramm. Das ist jetzt wichtig, dass wir auf Post.at gehen und auf Post.at das Zielland, zum Beispiel Österreich, eingeben und dann die Gramm, beziehungsweise Kilo, beziehungsweise ob es speziell versichert sein soll oder sonstige Informationen wie, ja, es soll online verfolgbar sein oder einfach ganz normal, dann kann man das auch dort auswählen. Ja, nun geht es schon weiter. Ja, nun bin ich hier auf eBay.at, gehe auf Verkaufen, jetzt Verkaufen und werde jetzt hier als Verkäufer begrüßt. Ich möchte gerne das reguläre Verkaufs, das bietet jetzt hier noch nicht an. Gut, jetzt habe ich die Möglichkeit hier den Strichcode einzugeben. Gut, das hat er eh nicht drinnen. Also gehe ich einfach mal auf, oder kann ich hier eigentlich den Namen auch eingeben. Was? USB.at, nein, das kennt er nicht. Gut, ähm, wie auch immer, keine vorgeschlagenen Kategorien, passende Kategorie wählen. Also, es ist auf jeden Fall ein Computerzubehör, es ist Computerzubehör, es ist eigentlich ein Eingabegerät, Es ist ein Joystick, passt. Weiter. So, Artikelbezeichnung. Dann fange ich meistens mit der Marke an. Also Speedlink. Könnte man jetzt mit oder ohne Abstand schreiben. Ich versuche jetzt die Zeichen zu sparen. Was? Kann man hier sogar in Hoch 2 machen. USB. Wie nennt ihr das hier? Coolie hat Joystick. Ich weiß nicht, ob ich das schreiben soll. Ich schreibe mal wenig verwendet. Ja, ich schreibe vielleicht Joystick noch rein. Joystick. Passt. Untertitel würde sogar extra kosten. Will ich jetzt gar nicht haben. Es ist gebraucht. Auflösung, DPI gibt es in dem Fall nicht. Das kann man, kann man das, ah ok. Joystick, Abtastung, Marke. Hat er Speedlink sogar drin? Nein. Wenn ich das mal selber eingeben. Speedlink. Verbindung ist Kabelgebunden, USB. So, Galeriebild können wir dann anhaken. Da schreibe ich jetzt dann alles rein, was ich halt loswerden möchte diesbezüglich. Meistens versuche ich einfach nur technisch die Details zusammenzufassen. Ich schreibe jetzt mal das rein und melde mich dann gleich nochmal. So, also ich habe das hier abgetippt. Acht Feuertasten. Coolerhead für Rundumansicht. Kontrolle. Ok. Präzise Schubkontrolle. Extra starke Saugnetze für sicheren Halt. Für links rechts eine geeignet. USB-Anfluss. Ja, ich könnte das jetzt hier noch vielleicht so machen. Artikel stammt aus Nichtraucher und tierfreiem Haushalt. Schreibe ich halt immer rein, weil ich mir denke, ja, manchmal, wenn es vielleicht ein Nichtraucherkäufer ist, der möchte vielleicht nicht, dass das dann irgendwie möglicherweise nach Zigarettenrauch riecht, wie auch immer. Ich schreibe es halt rein. Und der nächste Satz ist wichtig, weil, dass man eben hinschreibt, dass man es nicht umtauschen oder eine Garantie dafür anbieten kann. Ich kann jetzt das nochmal von hier oben herzeigen. Hier ist ja der Titel, Artikelzustand, Typ, Marke. Kann man auswählen oder reinschreiben. USB. Jetzt wähle ich das Foto aus. Dazu einfach hier auf Durchsuchen, zu dem Foto hin wechseln. Man könnte hier sogar noch zuschneiden, drehen, sogar automatische Belichtung und Kontrast und so weiter verändern. Ich lasse das einfach mal so. Also ein Bild ist kostenlos. Das war, glaube ich, nicht immer so. Oh ja, ich glaube, ein Bild war immer gratis. Jedenfalls jedes weitere kostet dann 15 Cent. Man könnte sogar XXL-Foto anbieten. Lassen Sie sich natürlich auch zahlen. Aber ich gehe einfach mal auf Hochladen. Ja, also wie soll ich sagen, wegen den Gebühren, es ist jetzt ein bisschen schwierig zusammenzufassen. Wenn ich den Artikel einstelle, werden wir gleich sehen, was es mich kostet. Mit dem Setup, mit der Zusammenstellung wird es mich nichts kosten. Sind nicht optimal. Die längste Breitseite muss mindestens... Wurscht, ich lasse das mal so. Also den Artikel einstellen kostet nichts. Was dann kostet, sogar relativ viel, ist denn die Verkaufsprovision. Ich glaube, das sind ca. 9% oder so. Also das schlägt sich bei größeren Artikeln dann schon wirklich... So, jetzt möchte ich das hier haben. Schlägt sich... Das ist nämlich auch kostenlos. Genau, das war früher... Musste man das bezahlen, ein Galeriebild. Also in der Liste hier ein Foto. Jetzt ist das eben gratis dabei. Galerie Plus... Ja, gut, das brauche ich nicht. Kostet einen Euro. Ja, eigentlich... Meistens schreibe ich da noch eine Zeit über den Zustand. Der Artikel ist wenig gebraucht im guter Zustand. Manchmal traue ich mich neuwertig zu schreiben, aber das Ding ist jetzt wirklich schon etwas älter, darum möchte ich das gar nicht schreiben. Manchmal schreibe ich noch rein, ob er getestet oder nicht getestet ist. In dem Fall möchte ich eigentlich weder das eine noch das andere schreiben. Weil er funktioniert meiner Meinung nach. Extra probiert habe ich es nicht. Aber gut, lassen wir das mal so. Dann könnte noch so ein Thema... Das kostet eben auch wieder extra. Gut, 20 Cent ist nicht so viel. Ein reguläres Besucherzähler. Ein regulärer Besucherzähler ist hier ausgelegt. Das passt. Startpreis möchte ich einen Euro haben. Und Stückzahl habe ich nur ein Stück. Könnte man, glaube ich, mehrere reinschreiben, so nicht was. Gut, Angebotsdauer gibt es einen Tag bis zehn Tage. Ich nehme in dem Fall sieben Tage, damit das wieder am Wochenende zu Ende ist. PayPal könnte man anbieten, möchte ich jetzt nicht machen. Überweisung, Überweisung Plus, passt. Sonstige Artikelbeschreibung. Genau. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Versandkosten. Die Versandkosten trägt der Käufer. Die werden natürlich vorher angeführt. Ich nehme da meistens versicherte Versand, also als Paket. Können Sie vorher abholen. Meistens nehme ich zwei Tage. Und gehen hier auf Tarifrechner. 550 Gramm nach Österreich. So, das wird also ungefähr so aussehen. Das will ich nicht. Verfolgbar. Ja, versichert. Ja, ich meine, hier geht es um ein paar Euro. Das könnte man auf Nein stellen, aber ich mache es mal so. Und gehe auf Preis berechnen. Das werden jetzt um die 5 Euro sein. Genau, 4,30 Euro. Darum stelle ich das hier auf 5 Euro. Weil es heißt ja eigentlich Verpackung und Versand. Soweit ich weiß. Zumindest hat das früher so geheißen. Das heißt, man darf ein paar Euro, also Euro vielleicht nicht unbedingt, aber man darf ein bisschen was dazu kalkulieren. Weil die Verpackung ja auch Geld kostet. Das gleiche für Deutschland. Und in dem Fall weiß ich, dass es 14 Euro sind. Allerdings versichert. Wir können es mal noch kurz durchgehen. Oder man braucht eigentlich nur hier das auf Deutschland ändern. Mal auf Preis berechnen. Sind es 13,25 Euro, also kann ich 14 schreiben. Schreibe ich hier 14. Ich möchte, ja, versicherte Versand nach Europäischer Union. Ich möchte es nur eigentlich in die Europäische Union schicken, nirgendwo anders hin. Artikel Standort und 12,10 Wien kann abgeholt werden. Genau, und jetzt steht hier, was es mich kosten wird. Jetzt kann ich mal schon mal auf Weiter gehen. Jetzt könnte man noch ein Galerie Pili Plus oder Untertitel dazunehmen. Ich lasse das jetzt aber so auf kostenlos. Sie bieten hier sogar ein kleines Value Pack an. Das möchte ich gar nicht haben. So wird das dann aussehen. Hier stehen auch gleich die Versandkosten in der Liste dann. Akzeptieren mögliche Verkaufschancen. Bieten Sie nicht noch an? Nein, das möchte ich nicht. Genau, und jetzt steht hier, alles kostenlos 0 Euro. Aktueller Kontostand, bevor... Genau, so, und jetzt gehe ich einfach auf Artikel einstellen. Man könnte sogar noch auf Vorschau gehen, aber ich habe jetzt das schon mal eingestellt. Man kann mir das jetzt eigentlich hier sogar schon mal durchschauen. 7 Tage, das passt, 1 Euro passt. Das Foto sieht eigentlich ausreichend gut aus. Man sieht, dass hier irgendwie alles in Ordnung ist, nicht irgendwie ein Kabel fehlt oder so. 5 Euro versicherter Versand passt. Hier meine Beschreibung. Könnte man auch die Schriftart ändern, aber in dem Fall möchte ich das gar nicht ändern. Ja, und das ist eben hier meine Bewertung. Das steht gleich dabei. Das ist eben für die Käufer wichtig, die wissen wollen, ob hier irgendwie einmal ein Verstoß meinerseits begangen wurde oder so etwas. Ja gut, eigentlich war es das zum Artikel einstellen schon. Wie gesagt, Gebühr fällt erst beim Verkaufen, also beim tatsächlichen Verkauf an. Man könnte einen Artikel jetzt 2-3 Mal wieder einstellen, wenn er nicht verkauft wird. Ist mir auch schon öfter passiert. Und ja, im schlimmsten Fall schmeiße ich das Ding halt dann weg, wenn es gar niemand will. Natürlich, das sind hochwertigere Geräte. Die sind hier auch schon auf 10 Euro, soweit ich das sehe. Ja gut, das war eigentlich meine kleine Ebay-Vorstellung. Hier ist auch schon mein Ding. Natürlich, jemand, der so das Foto nicht anzeigen lässt, geht halt ein bisschen unter, weil auf sowas klickt man leichter, als wenn man hier irgendwie nur diese eine Zeile hat. Aber das muss man halt wissen, dass das sinnvoll ist. Und ja, also man könnte sich hier zum Beispiel noch ein anderes anschauen, um zu sehen, wie das die anderen machen. Ähm, ja, der schreibt das hier auch nur relativ kurz hinein. Äh, nur ergonomisch geformt. Der hat sogar noch einen seriellen Anschluss. Auch lustig zu sehen. Ja, also, soweit eigentlich dazu. Der hat zum Beispiel auch 100% Bewertungen, 100% positiv. Das war es eigentlich auch schon. Also, wie gesagt, die Vorbereitung ist, zu überlegen, was schreite ich rein, wie mache ich das Foto und was kostet der Versand. Und das war es eigentlich. Ja, ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen geholfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Fülle, out.